Mein Name ist André Oehmann, ich bin 44 Jahre, ich bin in Osterbrück-Bellem der Betriebsleiter von einem Edeka-Food-Service-Markt. Von diesen Märkten haben wir selber 69. Wir bedienen die Hotellerie, die Gastronomie, Pflegeheime, Krankenhäuser, Kioske, Tankstellen, Bäckereien und Schulkantinen. Alles, was dazu gehört im Profibereich mit unseren unterschiedlichen Standorten in ganz Deutschland verteilt. Schoko hat als junges, innovatives Unternehmen uns sehr kundenorientierte Möglichkeiten angeboten, die wir sehr gut weitergeben können. Bestellungen kommen sehr schnell zeitnah rein. Das heißt, wir haben den zeitlichen Vorteil der Verarbeitung der Bestellung. Es ist einfach, es ist schnell, es ist übersichtlich und der Kunde kann sich Schoko ja auch so bauen, wie er es braucht. Das war für uns eigentlich der große Mehrwert. Wie lief der Prozess der Implementierung bei uns und bei unseren Kunden ab? Sehr professionell. Warum? Wir haben uns mit Schoko auseinandergesetzt. Schoko hat sich mit uns auseinandergesetzt und natürlich mit den Kunden auseinandergesetzt. Es wurden kleine Projektteams gebildet, die sich zusammengesetzt haben, um wirklich alle Themen untereinander abzugreifen und jeden Wunsch wirklich realisieren zu können. Unsere Kunden bestellen zurzeit per Telefon, per Fax, über andere Schnittstellen. Und dafür brauche ich Optimierungsmöglichkeiten im Bestellen. Und da ist Digitalisierung das A und O und dafür sucht man die richtigen Partner.